07 und damit herzlich willkommen zurück hier zu Scherbenklangsreise durch unsere Milchstraße hier in Elite Dangerous Odyssey Und ja, was soll ich sagen, ich hatte leider in der letzten Woche bei den letzten vier Aufnahmen ein paar technische Probleme OBS hatte sich bei mir aus unbekannten Gründen halt irgendwie resettet und ich hatte nur die Standardeinstellungen Ich habe damit ungefähr zwei Folgen aufgenommen, bis es mir dann bei der zweiten tatsächlich noch fast am Ende aufgefallen ist, dass das hier alles ja gar nicht so gut eingestellt war Aber na gut, kann passieren, ist dann halt so, müssen wir mit leben Aber wir befinden uns ja hier gerade immer noch auf dem Weg hier zum vierten Wegpunkt unserer langen Reise hier Er befindet sich hier hinten in rund 8166 Lichtjahren von unserer derzeitigen Position Und da wollen wir heute auch dann hinfliegen bzw. uns dem annähern Also komplett die Strecke jetzt hier werden wir natürlich nicht schaffen Habe ich hier auch schon mal den ersten Wegpunkt markiert, nämlich hier vorne 620 Lichtjahren ungefähr wiederum Hier befindet sich nämlich der nächste Neutronenstern und wir haben ja hier wirklich eine Rotkrumenspur, wenn man so möchte Gefunden an Neutronensternen, die allesamt hier zum vierten Wegpunkt entlang sich befinden Und da werden wir dann entlang fliegen und dann Stück für Stück diese Rotkrumenspur hier quasi abarbeiten Ja und ich habe auch schon gesehen, ich hatte ja ein bisschen vorproduziert wegen Ostern Weil ich ja auch bei Freunden, Familie etc. pp war Und es gibt jede Menge neue Goldened News, die müssen wir uns alle anhören, das ist ein ganzer Batzen tatsächlich Ich bin gespannt, was da alles so in der Bubble und außenrum passiert ist Und da würde ich sagen, schnacken wir gar nicht mehr so lange, sondern starten hier wieder in den Weltraum Wir sind uns ja hier noch zuletzt auf diesem gleichen Netz Nennen wir jetzt mal Schokoladenpuddingplaneten, weil er sah von dem Orbit her so ein bisschen so aus hier In der letzten Folge konnte ich das mit ihr das ganz gut nachvollziehen, glaube ich Dann fliegen wir jetzt hier mal geschwind wieder hoch In dem Kurs hier Auf den nächsten Stern Es sind auch nur 14 Sprünge bis dahin, das dürften wir heute also auch noch schaffen Ja und hier war auch der Gasriese, der diesen kleinen Mond hier gerade umkreist Hier kann ich euch auch nochmal kurz das System zeigen Hier relativ viele Gasriesen waren hier drin Hier von einer großen Eiswelt Über 12.000 Kilometern Radius Als ob wir zu groß wie die Erde Tatsächlich an der Stelle Ich würde sagen, geht es weiter Ich leite mal den Sprung ein Ich würde sagen, geht es weiter Usch, da sind wir schon Fast 50 Lichtjahre mal eben so Zurückgelegt Tatsächlich, System Scan Complete Der Gebootcomputer hat recht Hier befindet sich tatsächlich nur dieser eine kleine Stern Das ist ja ungewöhnlich Er hat aber noch kein anderer entdeckt Es handelt sich hier um einen M-Klasse Stern Ist ja süß hier 0,24 Sonnenmassen Sonnenradius 0,37 Recht klein Aber gut, für einen M-Stern ist das auch relativ normal Hier hat man auch rote Zwerge Hier noch ein bisschen tanken Ob wir weiterfliegen Ich denke, wir werden diesmal auch ein bisschen mehr Planeten erfassen Das ist ja gerade dann ganz gut Wenn wir uns gerade auf die neuen Guardian News alle anhören müssen Dafür brauchen wir natürlich ein System An dem es auch Planeten gibt Das können wir halt auch keine Planeten erfassen Ach und hier gibt es auch schon ein paar mehr 34 an der Zahl Mit etwas Glück befindet sich hier keiner der Planeten hinter dem Stern Das ist ganz gut Dann können wir hier schon mal losscannen Das dürfte eine kleine Eiswelt sein hier, ne? Ja, genau Ah, schon zwei von diesen schönen blauen Gasriesen Frage ich ja optisch immer am liebsten tatsächlich Die ganze Reihe an deinen Eisplaneten hier Beziehungsweise am Monden Da haben wir noch ein paar Asteroiden Und da ist noch was Ach, guck mal, der steht schräg zu uns So wie der Neptun, oder? War doch der Neptun Oder war es der Uranus? Ich bin mir gerade unsicher Aber es war der Neptun, der so schräg stand bei uns In so einem System Ach, hier mal Die Schwaben da Schade, die sind fast nur Eisplaneten, ne? Neben den Gasriesen Ein bisschen schade Sind ja meistens nicht so spannend So optisch zum Teil ist es wirklich sehr, sehr hübsch Oder gibt es halt Selten Leben Beziehungsweise Ideologische Signale Ach, hier haben wir ein paar Lebewesen Planet Nummer 9 Oh, guck mal hier Gasriesen mit amelnärktbasierten Lebewesen Da gehen wir doch auf jeden Fall mal hin Den erfassen wir System scan complete Und da haben wir das ganze System auch schon gescannt So sieht es aus Gehen wir dann mal zuerst Denn ich überlege gerade Natürlich hier noch diese ganze Reihe am Planeten Hier inneren Gut, die nehmen wir mal mit Guck mal, die sind noch nur Katzensprung hier entfernt 10 Lichtsekunden 14 Lichtsekunden 924 Das ist ja alles nix Gut, dann gehen wir mal hier erstmal ins Radio Wir haben hier, wie gesagt, einen ganzen Batzen Sachen, die wir hier nur durchgehen müssen Sirius verteidigt Territorium der Allianz Warmung der Pilotenvereinigung In den Koleseg und Witsch-Hit-Nebel werden in kürze Megaschiffe der Sirius Corporation eintreffen Um die örtliche Antixeno-Defensive zu stärken Die insgesamt drei Schiffe sollen einen Eindruck von der militärischen Schlagkraft der Sirius Corporation vermitteln Bevor der strategische Verteidigungspakt von der Abgeordnetenversammlung der Allianz ratifiziert wird Admiral Nikolas Glas, der die Sirius-Flotte im Admiralsrat der Allianz vertritt Sagte in einem öffentlichen Statement Im Koleseg und Witsch-Hit-Nebel sind die Interessen der Allianz durch die Targoidenangriffe besonders stark gefährdet Von morgen an sollen unsere Megaschiffe als Operationsbasen für Antixeno-Operationen dienen Alle Schiffe vor Ort sind dazu eingeladen Die Song of Mac hier im System Koleseg Sektor wie UOB66 Okay, da sind also irgendwelche Verteidigungsflotten unterwegs von Sirius In dem Falle waren ja unterwegs Das ist auch schon der nächste Planet So kann ich hier nicht mal durchscrollen Na jetzt Rackheim festigt seine Position in Beta Hydri Das war ja einer der weiteren Kandidaten in der Föderation zur Präsidentschaftswahl, ne? Rackheim festigt seine Position in Beta Hydri Das System Beta Hydri ist das kommerzielle und politische Hauptquartier des wohlhabenden Unternehmers Zekeri Rackheim geworden Das Tau-Selti-Journal berichtete darüber Das Rackheim-Capital-Investments eine Mehrheit der Aktien der Beta Hydri-Kooperation Welche das System kontrolliert, besitzt Rackheim spielte als Vorstandsmitglied dieses Unternehmens viele Monate lang eine Rolle bei der Regierung des Systems Während einer Pressekonferenz sagte ein Sprecher von Rackheim-Capital-Investments Mr. Rackheim wurde auf dem Planeten Homeland geboren Daher freut er sich sehr darauf, seiner ehemaligen Heimat etwas zurückzugeben Der Bau von Rackheim-Spire half zum Beispiel dabei, das Bauwesen in Los Bioneros wiederzubeleben Wir haben auch in einige örtliche Unternehmen investiert, wie die Hotelkette Luxem-Türmü, welcher nun als Rackheims-Rooms ein neues Image gegeben wurde, und MacArthur Mining Limited Mehrere Newsheads fragten danach, ob Rackheims politische Position in Beta Hydri den Weg für eine unabhängige Kandidatur in der Präsidentschaftswahl nächstes Jahr geebnet hätte Der Sprecher gab dazu kein Kommentar Der Artikel der Federal Times über dieses Thema enthielt eine Anmerkung von Finanzjournalistin Brianna Blanchio Soweit ich es durch meine Recherche beurteilen kann, wurden MacArthur-Rackheims-Dokumente niemals veröffentlicht oder durch unabhängige Quellen verifiziert Ich tippe darauf, dass Kelle Kosek überhaupt nicht in der Föderation geboren wurde Sondern aus irgendeinem anarchischen Jemandsland kommt, in dem Piraterie zum Leben gehört Das hatten wir glaube ich sogar schon gehört, tatsächlich Und dann hier noch Ja, Sirius verteidigt so gerade irgendwie die Allianz, okay Sirius widmet sich Verteidigung der Allianz Die Sirius Corporation gab an, dass die neuerdings erfolgten Targoiden-Überfälle zeigen, dass der strategische Verteidigungspakt mit der Allianz nötig sei Die Systeme Didio, Novas und Sosan müssen zur Zeit einem koordinierten Angriff durch eine Vielzahl von Targoiden-Schiffen standhalten Unabhängige Piloten sind zur Hilfe geeilt, während die drei Supermächte ihre jeweiligen Reaktionsflotten vorbereiten Eine Pressekonferenz wurde von Admiral Nikolas Glas, der Kontaktperson zwischen der Allianz-Verteidigungseinheit und der Sirius-Flotte, gegeben Dieser unerwartete Ansturm hat die Notwendigkeit von militärischer Unterstützung für die Allianz nur verstärkt Die Targoiden können überall und jederzeit zuschlagen, und Allianz-Systeme wie Didio sind verwundbar Wir können nur mit der Hilfe der Sirius Corporation sicherstellen, dass diese sicher sind Journalisten merkten an, dass der Admiralsrat Admiral Rachel Ziegler anstatt von Admiral Glas als Anführerin der Anti-Xeno-Spezialeinheit gewählt hatte Obwohl dies das Spezialgebiet von Glas ist Er antwortete darauf Nun, wie Sie wissen, ist der Pakt noch in seiner Probezeit und wurde noch nicht von der Abgeordnetenversammlung ratifiziert Daher gibt es zur Zeit Grenzen, wie stark man die Sirius Corporation einbinden kann Ich bin mir sicher, dass meine Kollegin gute Arbeit leisten wird Während ich mich darauf konzentriere, breitere Unterstützung im Videosystem zu leisten Wie etwa zusätzliche Versetzungen zu Servations-Flotte Das ist ja sehr interessant, Sirius ist ja eigentlich einer der großen Mega-Konzerne hier Die Allianz und die Sirius Corporation Regieren scheinbar in letzter Zeit zusammen Um sich gegen die Targoiden zu verteidigen Das ist ja eine uns auf jeden Fall mittlerweile feindlich gesinnte Elgien-Spezies So blumenartigen Raumschiffen Scheinen halt im galaktischen Süden, sag ich jetzt mal, von Sol Unseren Sonnensystemen beheimatet zu sein Wir greifen immer wieder die Systeme der Menschen mittlerweile an Ich spreche mal kurz, welcher ist denn hier am nächsten Die sind alle relativ gleich, also naja, gehen wir mal eben da hin Die Kumo-Crew hat einen neuen Ratsvorsitzenden ernannt, okay So eine Piratenvereinigung meine ich, ne? Kumo-Crew ernannt neuen Ratsvorsitzenden Akon Dielen gab bekannt, dass der Piratenanführer Kellen Salamanca das jüngste Mitglied der Führungsregel des Kumo-Council ist Politikjournalist Konrad Sterling schrieb für Vox Galactica einen Überblick Das Kumo-Council wurde von Akon Dielen zur Verteilung der Kontrolle über das kriminelle Syndikat gegründet Jedes Mitglied hat den Titel des Corsars inne und verwaltet eine Region oder ein System in dessen Territorium Aber die vertrauten Berater von Dielen, als Corsare genannt, arbeiten mit ihm an strategischen Zielen Der neueste davon ist der Sohn von Gideon Solis Salamanca, einer der berüchtigsten Kriegsherren des Pegasi-Sektors Nach dem unerwarteten Tod von Salamanca als Folge einer Herzkrankheit hat Dielen Kellen dazu berufen Den Platz seines Vaters im Rat anzunehmen, obwohl der junge Mann für seine Impulsivität bekannt ist Zwei weitere verbleiben im inneren Kreis des Rates Wieder Trask steht Dielen schon seit vielen Jahren nahe und ist dafür bekannt, ein Experte für Verwaltung zu sein Kevo Lantan war ursprünglich ein Mitglied des Dredger-Clans Blue Viper Club, bis sie eine Allianz mit der Kumo-Crew aushandelte Dielen gibt sich weiterhin als souveräner Herrscher über die Kumonation und strebt nach einer möglichen Legitimierung Das Kumo-Crew verstärkt diesen Anspruch, aber wird auch oft hergehalten, um die Gewaltexzesse seines Herrschers zu bestreiten oder zu rechtfertigen Da bereits Gerüchte kursieren, dass Kellen Salamanca seine neu erhaltene Autorität missbraucht Könnte diese schwierige Balance schnell ins Wanken geraten Kumo-Crew Könnte ich mal eben kurz nachschauen, ob die hier nicht auch vorhanden ist Von den galaktischen Mächten, ich meine nämlich schon Ich gehe nochmal kurz den Gasriesen zuerst an So Ist das nicht er hier? Ach genau, der gehörte hier zur Kumo-Crew Spinnenähnlichen Symbol Sieht ein bisschen so aus wie so ein typischer Pirat irgendwie, ne? Ach, in der Lane Ein berüchtigter Mann tatsächlich So, 13 Sonden sollen wir ungefähr drauf verschießen Beziehungsweise, wenn wir genau 13 oder unter 13 kommen Über einen kleinen Erkundungsbonus Lizenzbonus Manchmal nicht so leicht Mal schauen, wie viele wir jetzt hier gleich haben Er hat ja auch Ringe, die würde ich ganz gerne mit erfassen Hier kann ich auf jeden Fall noch eine in die Mitte schießen Da haben wir glaube ich hoffentlich 90% hier voll 90% Geht der Planet nämlich komplett als erfasst Sieht gerade sehr gut aus Ne, doch nicht Tatsächlich Oh, 1% Ganz, ganz knapp Überhalt den Bonus heute nicht Aber gut, so ist das dann halt mal Wenn die auch nicht immer Glück haben Wir gehen einmal kurz in die dreidimensionale Ansicht gehen Und mal schauen, wo denn jetzt hier diese ganzen Planeten hier, beziehungsweise die Monde sein sollen Also 5A ist direkt in unserer Nähe Da können wir am besten 5C, 5B und 5D anfliegen Marlinistische Flüchtlinge ziehen aus der Allianz fort Über 2 Millionen ehemalige Bürger des Imperiums Die in der Allianz Zuflucht gesucht haben Werden nun in die Marlinisten Kolonien übergesiedelt Botschafter Elijah Beck Chef des Amtes für Diplomatie der Allianz Kündigte folgendes an Politische Flüchtlinge von imperialen Systemen Sind seit Ende 3306 nach den imperialen Maßnahmen Gegen Marlinisten eingetroffen Zu dieser Zeit hatten sie keinen offiziellen Status Oder Ressourcen und waren komplett von den Almosen Von örtlichen Fraktionen abhängig Um zu überleben Unsere erfolgreichen Verhandlungen mit dem Marlinistischen Konsulat haben nun eine Lösung ergeben Die Abgeordnetenversammlung wird sicheres Geleit Für alle Flüchtlinge im Allianzraum Zu den Marlinisten Kolonien finanzieren Nach den Sicherheitskontrollen werden diesen volle Bürgerrechte zugesprochen Diese Entscheidung wurde von der ersten Ministerin Octavia Wohlkopf willkommen geheißen Dank der Großzügigkeit der Allianz Können Marlinisten in ihrem Territorium nun kostenlosen Transport In ein Heimatsystem ihrer Wahl in Anspruch nehmen Dort werden wir staatliche Hilfe leisten und Arbeitsmöglichkeiten bieten Um ihnen dabei zu helfen Ein neues, permanentes Zuhause zu finden Mehr als eine Million Menschen Die aus dem Imperium geflohen sind Werden nach ihrer Flucht über die Kernsysteme noch vermisst Ich bitte diese Uns über das Konsulat zu kontaktieren Und unserer wachsenden republikanischen Gesellschaft beizutreten Genau, da war es ja so Da gab es ja einen großen Ich nenne es jetzt mal Bürgerkrieg So in die Richtung gehend Da war halt diese Marlinistenfraktion Und die wurde halt von Imperium verfolgt Ganz verkürzt jetzt gesagt Die haben jetzt halt mittlerweile eigene Autonomie Wo sie halt leben Ich habe hier gerade gesehen Ich habe den Planeten gar nicht erfasst Gehe ich jetzt mal eben sicher Ob das jetzt Ja, jetzt reicht es Sehr gut Ich muss hier nachher die ganze Strecke nochmal zurückfliegen Da habe ich ja gar nicht so wirklich Lust drauf Supermächte werben Piloten zur Targoidenbekämpfung an Warnung der Pilotenvereinigung Die Allianz Das Imperium Und die Föderation Bieten Kopfgelder für Targoiden-Schiffe In den Systemen Dedeo Novas und Sosong an Kommodore Morek Halloran Koordinator von Salvations Militärstreitkräften Übertrug diese Nachricht über öffentliche Kanäle Servation hat den Baureiher Antixeno-Superwaffen begonnen Um die neueste Targoidenplage zu tilgen Er schätzt Dass es etwa zwei Wochen dauern wird Bis sie einsatzbereit sind Bis dahin wird es unerlässlich sein Dass wir die Targoiden in Schach halten Um zivile Verluste zu minimieren Die Antixeno-Spezialeinheiten der Allianz-Verteidigungseinheit Föderalen und Imperialen Flotte Arbeiten gemeinsam an einer Operation Servation-Zeit für den Bau von Superwaffen zu verschaffen Dazu gehören die Entlohnung von Piloten für die Verteidigung von Dedeo Novas und Sosong Teilnehmende Kommandanten können ihre Kampfbelohnungen für Targoiden-Abschüsse Bis zum 1-2-Mai-3308 an Bord des Megaschiffes Plymouth Hall im System Shang-Yi Ent Bord von Sturkow-Bitl im System Leschema Und Ent Bord von Nusslein-Full-Hard-Settlement im System ZLOTA einlösen Jede Supermacht hat zudem ein Großkampfschiff in die Region abkommandiert Das Allianz-Megaschiff Salote Charme in Dedeo Den Majestic-Class Interdictor ENV Succession Und den Kampfkreuzer der Ferrigit-Klasse SNS Amphion in Sosong Der Vox Galactica-Reporterin Jade Sant-Ellen wurde die Erlaubnis erteilt Die Admiral der Spezialeinheit zu interviewen Ihre Konversationen mit Henry Poole-Assetten Max Thunpreis und Rachel Ziegler werden von den Großkampfschiffen übertragen und über Nussids ausgestrahlt Ja, die Bubble scheint sich gerade gegen weitere Tagoin-Angriffe zu wappnen, ne? Scheint ja dann einiges los zu sein, wenn ich das gerade höre Die da jetzt auch neue Flotten alles aufstellen Ja, und ich dachte, wir springen mal ein paar Systeme weiter Das ist ein weißer Stern, holt schon mal die Sonnenbrille nuss System Scam complete Hier gibt es tatsächlich nur vier Sterne drin In diesem System Oder sehr interessanten Laufbahn hier hinten Das sind zwei Stück Ja, tatsächlich Oh, die sind nur sechs Lichtjahre voneinander getrennt Äh, Lichtsekunden Lichtjahre Ist ja interessant hier Mehr gibt es dann hier tatsächlich nicht Ich würde sagen, können wir auch weiterspringen Oder nichts weiter zum Erkunden dort So, aufgetankt sind wir jetzt auch wieder Das ist sehr schön Ich muss jetzt weitergehen Vielleicht haben wir insgesamt zehn Sprünge vor uns Bis wir diesen Neutronenstern erreichen Und wir werden auch wieder So, aufgetan, können wir das Und wir werden nicht lassen Aber natürlich Wir sind fast Und wir versuchen das Lassen machen Und wir werden doch Und wir brauchen Und wir brauchen Ah, hier gibt es auch nur zwei Sterne. Gibt es hier eine planetenarme Region gerade, wo ich durchfliege? Scheinbar ja. Ah, diesmal ist das ein K-Stern, gelb-orange. Da könnten schon ein paar mehr interessante Planeten auch sein. Auch häufiger Wasserwelten und andere Objekte. Ah, das sind jetzt zwölf Objekte. Diesmal sind einige hinter dem Stern. Das heißt, wir müssen da mal kurz unsere Plan hier korrigieren, damit wir auch voll freie Sicht haben hier. Mit unseren Scannern und Instrumenten. Aber wenn ich das da unten noch richtig sehe, sind das aber auch wirklich wieder sehr viele Eiswelten. Oh, da gibt es Leben. Ah, das verleitet mich gerade schon wieder dahin. Da zu landen und Probe zu nehmen. Ah, hier gibt es zwei geologische Signale. Methan Magma. Brauchen wir noch irgendwas in Richtung Methan-Magma-Kodex? Oder haben wir das alles schon entdeckt? Noch mehr Leben. Dieses System ist geologisch wie biologisch auf jeden Fall interessanter als gerade die davor. Mal kurz schauen, ob wir hier noch was haben im Kodex. Ah, nein, soweit der Kodex. Biologische und geologische Signale in Hawkins Gap. Wasser. Methan-Eis, Stickstoff-Eis, Mikat-Dampf-Eis. Ich mache nur Wasser. Methan-Eis, Stickstoff-Eis. Ah, ich glaube, hier gibt es nichts weiteres, oder? Voli-Oxid- und Wasser-Gas-Schlot. Ne. Da brauchen wir also nicht landen. Direkt hier vorne. 100 Sekunden Entfernung. Ich weiß nicht, auf der Planet hier, wo es Leben gab. Tatsächlich, auf diesen beiden hier. Verscheiden die sich großartig? Eigentlich nicht. Man könnte trotzdem das Gleiche oder etwas Ähnliches drauf auftauchen. Was haben wir als nächstes hier noch im Radio? Sirius plant humanitäre Initiative für Allianz. Warnung der Pilotenvereinigung. Die Sirius Corporation hat humanitäre Hilfe für das von Targoiden-Schiffen angegriffene System Didio organisiert. Die Verteidigungsflotte der Allianz bekämpft zur Zeit unter dem Kommando von Admiral Rachel Ziegler die Targoiden-Bedrohung in Didio. Der als Kontaktperson zwischen dem Mega-Unternehmen und der Allianz-Verteidigungseinheit agierende Admiral Nikolas Glas gab Details über die Kampagne bekannt. Da der strategische Verteidigungspakt noch ratifiziert werden muss, hat der Admiralsrat den Einsatz von Schiffen der Siriusflotte als verbündete Flotte noch nicht zugelassen. Die Sirius Corporation ist dazu bereit, zu ihr Engagement zur Hilfe der Allianz zu zeigen. Wir werden dies tun, indem wir der angegriffenen Bevölkerung im System Didio lebenswichtige Ressourcen liefern. Große Mengen an allgemeinen Medikamenten, Evakuierungsschutz und Nahrungspartuschen werden dringend benötigt. Diese können an das Megaschiff Chariot of Rie im System listig geliefert werden, von wo aus sie von Militärkonvois nach Didio geliefert werden. Die Sirius Corporation wurde dafür kritisiert, in den angegriffenen Systemen Novas und Saison nicht ähnliche Unterstützung zu leisten. Ein Sprecher des Mega-Unternehmens sagte, dass die Probezeit des strategischen Verteidigungspaktes exklusiv für die Allianz gilt. Ein derartiges Verhältnis mit dem Imperium oder der Föderation würde separate Verhandlungen erfordern. Der Sprecher betonte jedoch, dass Li-Yonghi derzeit kein Interesse an solchen hätte. Eine gemeinsame Operation zwischen den Supermächten läuft gerade in Didio, Novas und Saison, um die jüngsten Targoiden-Invasionen zurückzuschlagen. Die soll der Wischenzeit verschaffen, seine Antik-Xenon-Superwaffen zu bauen. Marlinistische Flüchtlinge Ups, ich wollte das eigentlich überspringen. Ja, da gibt es scheinbar gerade einige Gefechte in der Bubble. Mal kurz schauen, ob da eigentlich irgendwelche Sternhäfen aktuell immer noch beschädigt sind. Haben wir sie, die Bubble, hier vorne. Oh ja, da sind einige Sachen beschädigt. Hier, Saison wurde angegriffen, hier Zustand eindringen. Da greifen gerade die Targoiden an. Auch hier oben in Didio, da sind sie auch unterwegs. Oh, was ist denn das hier in der Bubble? Ist das eigentlich im Osten mehr? Das ist, glaube ich, mehr im Osten, ne? Wenn ich das so angucke. Naja, das wollte ich, diese Ansicht. Ja, die greifen hier oben an, ne? Aber auch komisch, dass sie so viele andere Systeme außer Acht lassen, ne? Hier sind ja noch ganz viele dazwischen und die werden angegriffen. Auf jeden Fall gibt es da halt verschiedene Systeme. Jetzt haben wir hier gerade so einen Planeten erfasst und hier gibt es überall so irgendeine Bakterien. Wo landen wir denn mal? Da vorne in einem dieser... Was ist denn das eigentlich? Ist das ein Becken? Was soll ein Becken darstellen? Wie viel G hat der eigentlich? Das sollte ich vielleicht mal vorher nachschauen. 4,52 passt alles. Es gibt auch Planeten mit wirklich sehr, sehr hohen G-Kräften, wo ihr richtig aufpassen müsst beim Landeanflug. Sonst zerschellt ihr einfach auf der Oberfläche. Eigentlich dann eher so... Bisschen ungünstig, ne? Da kommen wir aber auch recht schnell runter, tatsächlich, ne? Wo lande ich denn hier? Gleich da so, in der Ecke? Eine recht große blaue Fläche, da dürften wir bestimmte Bakterien finden. Da sind Löcher da vorne, oder sind das ganze Berge? Hier sind kleine Einschlagsgrate oder Löcher. Einfach tiefen. Interessant. 30 Kilometer Höhe. Wir legen jetzt gleich in den Orbitalkruz raus. Gehen jetzt in den Gleitflug. Da sind wir jetzt auch. Aber hinter uns ist sogar ein ganz großer Berg. Sieht ja ruhig aus. Will ich mir mal kurz angucken. Ja, hier vorne. Ui. Er ist ja, glaube ich, richtig hoch, ne? Extrem schroff hier, die Gegend. Und dürfte, wenn ich das so richtig sehe, ah, zwei Kilometer ist der bestimmt hoch. Jetzt wird er sogar noch höher. Mal einmal kurz wissen, wie hoch dieser Berg tatsächlich ist. Wenn ich das so richtig sehe. Ich muss ganz langsamer werden, sonst trage ich da gleich gegen. Ja, der ist ziemlich genau 1,36 Kilometer hoch. Landinggear deployed. Wow. Wie der hier wirklich wie so eine Nadel aus dem Erdboden springt, ne? Aber es sind auch noch zwei solche ähnlichen Berge. Wollt ja mehr hier hin. Natürlich auch da vorne zu einem großen Krater fliegen. Landinggear retracted. Ja, da fliegen wir mal eben hin. Es gibt mehrere Interviews. Die hören wir uns, glaube ich, in der nächsten Folge an. Die rennen uns nicht weg. Ich glaube, ich lande hier einfach hier vorne. Oh, langsamer werden. Oh, ich bin, glaube ich, ein bisschen zu schnell. Leicht übers Ziel hinaus geschossen, aber passt noch. Hier kann ich gerade nicht landen. Ja, weil das Gebiet hier so hügelig ist, ist es dann doch ein bisschen schwer. Schwieriger. Ja. Ja. Da war gerade was. Ausrichtung, okay. Dann bin wir hier. Auf jeden Fall sehr sandig aus. Guck mal, da hinten können wir noch die großen Berge erkennen. Die da haben vorragend. Ich kann einmal wissen, wo denn hier noch ein paar Bakterienteppiche sind. Da vorne sehe ich, glaube ich, schon ein paar. Die kleinen Drohnen sind hier immer ganz schön zu finden. Und links scheint direkt was zu sein hinter dem Schiff. Eine helle Ablagerung. Ich gehe gerade mal fest davon aus, dass wir dort biologische Signale finden werden. Ich bin gerade dran wobei gefahren. Ich glaube, ja. Die Drohne rausholen. Oh ja, wir sind volle Kanne dran wobei gefahren. Vorne ist das nämlich. Ich merke auch richtig, wie hier die Die Kräfte das Ganze deutlich schwieriger machen zu fahren. Ja, diese Virusart, äh, Virusart, das ist schon die Bakterienart, die kennen wir scheinbar schon. Wir haben keine Neuentdeckung, aber wir kriegen noch Punkte dafür. Beziehungsweise Kreditbelohnungen wie ein Kodex. Ich habe mal eben geschmitten in die Probe. Natürlich erhalten wir jetzt hier noch die Erstbetretung. Bakterium Aurasus Grün. Okay. Wir fangen uns erstmal wieder in den Rover. Dann würde ich sagen Diesen Blick hier in die Ferne Abschiede ich mich für heute erstmal. Ich werde dann hier nochmal kurz die beiden anderen Bakterienteppiche suchen. Davon eine Probe nehmen und dann werde ich weiterfliegen zu dem anderen Planeten. Da sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann hören wir uns auch die restlichen Bonnet-News an. Bis dahin. Ciao und macht's gut. Ciao und macht's gut.